Heute geht es um die heilenden Kräfte von Musik. Hallo, mein Name ist Dr. Reinhard Probst. Ich habe eine Praxis für komplementäre und alternative Medizin und suche Wege für Patienten, denen die Schulmedizin nicht helfen kann. Einer dieser Möglichkeiten ist Musik. Ich bin ja selber Musiker und deswegen liegt mir die Musik besonders am Herzen. Bei einer Erkrankung und gerade bei einer Krebserkrankung ist etwas in Unordnung geraten. Und wir brauchen etwas, was wieder Ordnung bringt, was Liebe auch in die Patienten bringt, was Harmonie bringt und das ist Musik. Und deswegen spiele ich meinen Patienten auch etwas vor. Ich singe für sie und dann merke ich, wie dieser ganze Druck, der ganze Ballast, den sie haben, der ganze Stress, die Angst, von ihnen abfällt. Und sie fühlen sich wohl und geborgen. Und die Musik bewirkt zusätzlich zu einer individuell angepassten Therapie, dass der Körper und die Seele besser in Heilung kommen kann. Es mag jetzt natürlich etwas merkwürdig erscheinen, dass der Arzt dann zur Gitarre greift und singt für die Patienten. Aber ich merke, dass es den Patienten gut tut und die Patienten wollen das auch. Die fordern mich auch immer auf. Ein Arzt, der so wie ich Musik für die Patienten macht, diesen Menschen könnte man natürlich auch für verrückt halten, weil der sich außerhalb des Rahmens des Üblichen bewegt. Aber ich habe erkannt von Anfang an, dass die Patienten davon wirklich profitieren. Und es kommen sogar manchmal Patienten zu mir in der Praxis nach einer erfolgreichen Therapie, nur um wieder hier zu sein und um sich meine Musik anzuhören. Und ich mache jetzt auch Musik für Sie, damit Sie verstehen, was ich meine. Und ich mache mir, was ich glaube, ich habe mich. Più che mai Ci siamo scritti milioni di parole Tu lo sai Amore e pazia Arrabbia e allegria Uno struccimento incredibile Lucciole Le nostre stelle cadenti Il galleccio amore intorno a noi Facciami questa magica notte Abbi coraggio Vieni con In diesem Sinne Seien Sie offener, lockerer Versuchen Sie abseits des normalen Weges Andere Möglichkeiten zu finden Mit Lebensfreude, mit Spaß, mit Musik Und ganz viel Liebe In diesem Sinne Herzlich, Ihr Dr. Reinhard Probst Oooo 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 Oh, 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 ah, 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 ah.